Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus DigamStudio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sehen hier einige Dinge, die wir nicht sehen wollen, weil sie nicht gut sind. Die müssen wir dann natürlich jetzt hier noch beheben, in der Hoffnung, dass ich jetzt, wenn ich hier über den Strom rausreiße, das hier trotzdem funktioniert weiterhin. Also, nichts ohne Strom ist, was ohne Strom sein darf. Oder nicht ohne Strom sein darf. Und damit geht hier noch ein bisschen was los. Und dann sehen wir auch hier noch, habe ich beim Überflug mal über die Base gesehen, dass ich hier noch einen katastrophalen Fehler eingebaut habe. Ich weiß jetzt nicht, wie rum der da steht. Ah, der steht so rum da. Und den müssen wir dann da noch hinstellen, damit die denn hier funktionieren können. Damit nämlich auch mal hier die gute Bronze abgeholt werden kann. Das ist Bronze hier drin, oder? Was ist denn? Nee, Bronze. Genau. So, also Bronze haben wir hier. Sehr schön. Läuft. Funktioniert. Äh, was haben wir hier noch? Wir haben Aluminium haben wir hier. Wir haben das hier und wir haben Stahl hier und wir haben hier, okay. Also, uns fehlt jetzt eigentlich als flüssiges Metall, ähm, ja, ein bisschen was, wo wir, äh, Messing machen können. Auch wo wir noch genügend Messing erstmal haben. Aber das ist sozusagen das, was uns fehlt und wo wir noch ein bisschen was umbauen müssen. Inva könnte uns auch noch fehlen. Ich weiß gar nicht, ob ich Inva schon irgendwo mache hier. Guck mal, hier wurde schon mal wieder eingeschmolzen. Ah ja, guck mal an. Hier wird abgeholt. Okay. Sehr gut. Und hier läuft die Schmelzerei los. Aber auch nur auf der halben Schiene. Das ist auch wieder so eine Sache. Da muss man auch mal gucken, wie das denn alles so zusammenhängt und dann das ein bisschen schöner hinkriegen noch. Aber momentan läuft es ganz gut. Und, ähm, ja, Energieverbrauch ist gar nicht mehr so hoch, weil vielleicht eventuell irgendwas nicht stimmt oder weil gerade nicht allzu viel produziert. So, hier sehen wir, da ist eine Kiste leer oder, ja, die ist schon leer und die anderen nicht. Hm. Auch irgendwie einer, ach so, guck mal hier, siehst du, weil da ist doch schon wieder, sieht auch nicht so gut aus hier. Das muss ja mindestens, ja, mindestens schon mal original damit reingehen, damit der denn da, naja, deswegen ist der ja auch leer, weil der hier nur zur Hälfte mal dazu gelaufen ist. Alles klar. Mal gucken, ob wir den Fehler hier drüben auch drin haben. Ne, da ist er nicht drin. Na gut, dann haben wir es einmal verdreht. Also, so ein paar Fehler raussuchen, rausfinden und rausbauen. Das ist sozusagen, ähm, Aufgabe der Folge. Beziehungsweise, wir könnten hier den Rest, ähm, ja, abbauen und dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier mit dem Sulphuric Acid machen. Ähm, denn da werden wir ja jetzt in Schwierigkeiten geraten und nicht genügend haben. Wohl, hier oben ist noch ordentlich Wastewater drin, was noch nicht nach da unten runter ist. Okay, dann gucken wir jetzt erstmal, ähm, dass wir das Sulphuric Wastewater dann noch dazwischen kriegen, damit dort... Äh, nicht allzu viel Blödsinn passiert. Unfug oder Nonsens, je nachdem, wie man es nennen möchte. Gut, ähm, müssen wir mal gucken, wie das hier angebunden ist. Das hängt hier einfach so mit dran. Ich dachte, dass es am Hauptstrang dran hängt. Das, was hier unten runter geht. Da hängt das dran. Hier hängt das dran. Da hängt das dran. Und dann geht das hier dran. Aber an die geht es nicht mit dran, ne? Und der ist nicht mit dem irgendwie rückkopfungsmäßig technisch verbunden. Ah, ja. Okay, also liegt es denn da dran, dass der... Boah, ich dachte, dass der durch den hier... Wie kommt denn der denn da hin? Der ist mit dem auch nicht verbunden. Doch eigentlich über den Tank hier, ne? Der Tank ist auch gut leer. Warum ist denn dieses Rohr nicht? Doch, dieses Rohr ist auch gut leer. Das Rohr ist voll. Die oberen sind da nicht mit dran. Aber untere Kreislauf, die hängen nicht zusammen, ne? Müssen sie ja theoretisch auch nicht. Aber ich muss es ja hier nicht wegschmeißen, wenn ich es unten gebrauchen kann, ne? Kicken wir mal. Hängen wir das jetzt hier erstmal... solcherweise an der Stelle zusammen. Damit müsste jetzt hier ein bisschen was reinlaufen. Und theoretisch auch nicht die Pumpe das hier raussaugen. Wie blöd. Und nach unten drücken. Und dann hier in den Tank sammeln. Oder auch nicht. Hätte ich jetzt erwartet. Ich weiß aber nicht, wie die Vorzugsschaltung hier ist. Von dem zu früh. Wastewater. In dem Fall ist das jetzt auch leer. Gut, das ist also nicht allzu viel im Tank gewesen. Ich füge das Ganze jetzt hier ein bisschen adaptionum. Also jetzt sind die alle hierdurch verbunden. Die von da kommen. Aber die produzieren gerade nichts. Ja, okay. Gut. Das ist natürlich dann ein Problem. Wenn die gerade nichts produzieren müssen oder brauchen oder ähnliches. Dann könnten dort Schwierigkeiten entstehen. Ungeahnter Natur. Und das könnte dann dazu führen, dass dann unser so viel Wastewater einfach fehlt. Mal gucken, dass wir das vielleicht woanders her noch mit dem Überdruck gestapelt bekommen. Aber wir können erstmal hier noch ein bisschen... Achso, ich kann gar nicht abgreifen aktuell, weil ich schon wieder so viel Krempel in den Taschen habe, die ich gar nicht in den Taschen brauche. Ich muss immer Taschen ausleeren. Das wäre viel besser gewesen, wenn ich das erstmal als erstes gemacht hätte. Und dann mich da unten drum gekümmert hätte. Also ich möchte mich generell um diesen Bereich hier kümmern. Ich möchte das nochmal anders aufbauen. Damit wir hier das Zufruik Wastewater, wenn wir es dann produzieren, auch gut produzieren können. Beziehungsweise, dass wir da hier die Chance besitzen. Jetzt habe ich Angst, dass es dann links kommt. So, also ich kann hier... Kann ich auf jeden Fall... Kann ich ihn hier abliefern? Wüsste ich auch nicht von dem. Kann ich nicht da hier drüben sehe ich es eher. Habe ich da schon drinnen wieder? Ach, da liegen doch die Arzt da drinnen. Die wollte ich auch nochmal wieder dazu weisen, wo die sind hingehörn. Naja, gut, okay. So, also... Hier kann ich auf jeden Fall in eine Kiste das reinlegen. Hier kann ich auf jeden Fall in eine Kiste... Ne. Ne, nix weiter reinlegen, okay. Das gekringelte kann ich dann da drüben reinlegen. Und verteilen. So. Also die gekringelte kann ich hier reinlegen. Und den Glas, den muss ich schon wieder oben reinlegen in den Ausgang. Von den ganzen Fabriksen hier oben. So. Kupfer kann ich hier oben auch loswerden. Aber Kupfer brauche ich nicht unbedingt loswerden. Aber die Wafer, die kann ich noch loswerden hier. Das ist nicht das Problem. Und da können wir hier oben ein paar reintun. So. Gut. Die Bretter kann ich noch loswerden. Die weißen. Die brauche ich jetzt auch nicht in der Tasche. So. Zack, da sind sie weg. Gut. Na dann. So. Dann ist das hier erst mal ein bisschen Inventar wieder frei für mich. Um meine Bautätigkeiten, die ich jetzt haben möchte und machen muss. Ähm. Damit. Noch da ein bisschen Ordnung entsteht. Und dann können wir dort die anderen Legierungen machen. Also können wir dort Brass machen. Und dann können wir uns dann darum kümmern, dass wir da noch eine Legierung hinkriegen, die wir eigentlich schon haben. Ähm. Damit wir das dann mal einmal abreißen können. Und dann können wir dort. Also. Ich sage mal, der Umbau soll stattfinden, dass wir vier Metalle auf die Art und Weise dort immer haben. Ähm. Pro Kästchen. Das reicht uns aus. Als Produktion momentan. Sollte uns das ausreichen. Obwohl die hier. Soll ich keine Metall rein. Sollte eigentlich die Links rein. Okay. Ja. Oh ja. Stimmt. Wo es mir wieder einfällt. So. Ihr könnt denn doch eigentlich, ähm. Solarzellen rein. Wo habe ich meine Solarzellen eigentlich? Da. Die könnten doch hier noch rein. Die passen ja nicht. Das ist auch wunderbar. Hier ist es irgendwo dem Weg. Ach so. Da ist ein. Ich glaube, hier ist so viel. Und eine Lampe zu viel. Und dann müsste das auch nicht aufpassen. Ähm. B. Solarzellen. Ah, die Signale sind dann wirklich. Na egal. Aber den Rost kann man ja da hinstellen. Das stört ja nicht weiter. So. Denn eigentlich Solarzellen müssten ein paar gebaut sein, oder? Da müssten doch ein paar hier in Kisten rum oxidieren. Na ja, 72 Stück. Immerhin. So. Und umso mehr Solarzellen wir haben, desto besser ist das denn für unser gesamtes System. Also. Ähm. Das hier ist also aktuell ein Problem, dass wir nicht genügend Waste-Water bekommen. So. Wir lassen das mal abholen. Ich lasse das mal abholen. Ich lasse das mal abholen. Das, das und das. Ähm. Und das. Ja. Gut. Und dann können wir uns hier erstmal ein bisschen verjustieren und so ein paar Sachen abreißen. Die wir da jetzt hier nicht mehr brauchen. Ähm. Müssen wir vorsichtig sein beim Abreißen, dass wir nicht irgendwann irgendwas abreißen, was wir wirklich brauchen. Zum Beispiel die Lampe, die hätten wir jetzt hier stehen lassen können. Einfach das Licht deswegen. So. Aber hier sind halt viele, viele Sachen noch dazwischen, die wir nicht mehr brauchen. Und die Hydrogenproduktion, die wir auf der anderen Seite abgerissen haben, ne? Mit dem, äh, für hier oben. Die musste ich jetzt natürlich erst mal hier dazubringen. Das wir mal wegschmeißen hier. Einfach raus damit. Brauchen wir nicht mehr. So. Hier stehen zwei Kisten mit Stein. Ähm. Na. Kann ich jetzt auch erstmal nicht weiterverarbeiten, würde ich sagen. So. Die Strommasten sind über und dann ist hier das komplette Gleis, äh, blöd ist über. Was hier steht. Können wir nicht mehr gebrauchen. Und dann können wir mal gucken, wo wir den, den Sender hier dazwischen schalten können. Bei der uns das Material, bei der uns die, äh, die Roboter, den Roboterhanger quasi den passenden hier dazwischen stellen können, die wir hier brauchen. Jetzt so noch. Und dann müssen wir hier unten die Produktion für die, ähm, also es soll ja hier Produktion, ähm, Katalysator der Art sein. Hier soll Produktion, Katalysator der grünen Art sein. Und dazwischen soll die Produktion der Katalysatoren sein für, äh, anderen Krempel. Wir müssen aber wirklich noch einen Sulfuric Wastewater, ähm, Überfluss irgendwo mit einbauen, äh, weil wir das brauchen. Ähm, Sulfuric Wastewater will ich jetzt nicht von Hand herstellen. Irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt kann. Oder ob man das überhaupt herstellen lassen kann. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Ähm, könnte sein. Weiß ich gar nicht. Ähm, aber wenn, dann würde ich es ganz gerne, äh, vermeiden wollen. Oh, das kann nicht hierbleiben. So, die Rohre können aber weg. Sehr gut. So. Können wir hier weitermachen. Und abreißen. Auch keiner mehr. So, das auch nicht. Hier ist unser Startpunkt. Die liegen hier noch drinne. 2,4K. Die müssen wir auch nochmal irgendwo hinsortieren, wo sie gehören. Oder wo sie gebrauchen könnten. Wie gesagt, hier ist halt eben wirklich keine Flüssigkeit im Moment drin. Die in irgendeiner Form sinnvoll wäre. So, hier dürfte eigentlich auch nichts mehr ablaufen draus. Wir sind das Inventar voll mit irgendwelchen Zeug. Habe ich die Kiste jetzt angefangen aus zu räumen? Träumen. Ah ja, okay. Da bin ich drüber gerutscht. Das wollte ich nicht. So. Okay, so, dann kann das hier weg. Das kann weg. Das kann weg hier alles. Boah, Krempel. Im roten Zeug weiß ich gar nicht, ob ich dazu einfach alles wegreißen darf hier. Ich glaube, ich darf diese Kreuzung hier nicht wegreißen. Moment. Entschuldigung. Oh, muss sie niesen. So. Und dann müssen wir dann gucken, dass wir das da oben nochmal extra hineingestellt kriegen. Ist ja kein Problem. So. Okay. Ähm. Rohrweg, 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 Rohrweg. Hier rumfliegen. Huge. Oder auch nicht. Dann machen wir das hier mal ganz kurz auf das Rohr. Und dann gucken wir mal, ob ich das Rohr jetzt da ausreiße. Dann geht es bis da runter. Okay. Dann sollte hier noch immer das Hydrogen durchlaufen. Ja, da ist ja auch noch genug da. Ist schon mal ganz gut. So, der hat jetzt auch genügend produziert hier. Naja, noch nicht ganz. Aber das ist schon wieder fast voll. Okay. Also hier, da wird man sich produziert. Und dann könnte hier auch durchaus mal ein bisschen Fähigkeit hier dann da nochmal zustande kommen. Ist immer noch die große Frage, wer hat Vorrang hier, ne? Aber ich glaube, er zieht sich das erstmal hier raus, ne? Also das ist keine Vorrangschaltung da dran. So, dann können hier diese unsägliche Steigleitung hier noch raus. So, was ist denn hier alles überhaupt über? Also das ist auf jeden Fall über hier. Ah, da bin ich mir immer sicher. Also sicher. Es geht bis dahin. Ich glaube, das ist gar nicht so über gewesen hier, ne? Ne, das war gar nicht so über. Das wird sogar gebraucht. Vor allem im Überfluss. Das wird sogar gebraucht. So. Damit ich hier oben nämlich das Pure Fat Water hinkriege. Alles klar. Okay, ja. Brauche ich ja hier. Gut, 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 gut. Oder wie auch immer man das jetzt hier nennt. So. Okay. Aber mineralisiertes Wasser ist hier über. Das kann raus. So. Dann werde ich mal hier alles, was nicht kunststoffrohr ist, ersetzen durch kunststoffrohr noch. Vereinfacht halber. Erstmal schnell. So. Damit ich sehe, was ich wirklich brauche. Ähm. Da brauche ich hier nicht mehr das Stück. So. Das muss nur nach da hin. Okay, das ist von mir aus okay. Kann denn aber hier über. Ein anständiges Rohr da reingeführt werden. Aber das ist doch. Ist doch gar lang genug. Geht sogar. Gut. Okay. Also. Hier muss ein bisschen Schwebesäure hin. Für die Batterieproduktion. Das kann man ja dann mal schnell abgreifen. Das kann man abgreifen. Das muss nach unten. Das muss nach unten. Das muss hier nach unten durchgehen noch. Das brauchen wir hier dann nicht mehr. Hoppig zumindest. So. Und das können wir dann hier auch mal einmal kurz hochnehmen. So. Wo was muss man loswerden. So. Und dann gucken wir mal wie weit wir hier. Mit dem blauen Rohr kommen. So. Das ist. Okay. Das muss hier. Wo im Winkel? Achso. Das kommt da an. Okay. Du hast jetzt sicher kein. Ah ja. Okay. Du hast keinen. Weil genau der Container da drauf steht. Alles klar. Okay. Und du hast keinen Strom gerade hier. Aber dich kann ich ja hier hinsetzen. Weil hier gehörst du hin. Und dann hast du da auch Strom. Dann kann ich dich hochnehmen. Aber jetzt fehlt hier der. Zum reinstellen. Und der hier fehlt. Naja gut. Das kriegen wir hin. So. Okay. Ja. Das hier in der Mitte ist jetzt auch gerade überflüssig. So. Das sind die Steigleitungen brauchen wir noch mit dem roten Zeug. Und das hier ist die Querleitung. Brauche ich nicht mehr. Brauche ich auch die Exilie. Brauche ich auch nicht mehr. Die Querleitung brauche ich auch nicht mehr. So. Hier können wir auch noch ein paar Sachen rausreißen. Brauchen wir nicht mehr. So. Dann haben wir hier die Leitung hoch. Okay. Kutsch. Vielleicht einen Pufferspeicher noch dran bauen oder ähnliches. Aber das müssen wir einmal alles neu nochmal aufbauen. Hier. Da wird auch ein bisschen Flüssigkeit da verloren gehen. Aber das ist dann halt einfach so. Gut. Wir geben jetzt erstmal unten im Bahnhof für das Hufruig Waste Water noch mit dran hier. Muss ich machen. Und da werde ich von beiden Seiten das quasi wohin leiten. Und dann werden wir da so einen Bahnhof haben, der das Hufruig Waste Water anbietet. Auf zwei oder vier Sachen. Egal. Aber wir brauchen das Material quasi noch in dem Bahnhof. Und ich glaube ich kann den Bahnhof hier mittig dran setzen. Weil ich von hier eh das Hufruig Waste Water noch habe auf der Seite. Das habe ich ja hier vorne. Und hier geht es quasi ja schon in den Abfluss. Und geht so viel in den Abfluss. Muss eigentlich gar nicht. Genau. Aber ich kann es hier ja dann direkt abgreifen. Quasi in die Richtung. Hier kann ich nicht in der Richtung. Kann ich das nicht abgreifen. Hier kann ich das abgreifen. Müssen wir hier mal Strom anstellen. Aber wir wissen da drinne. Ist gar nicht so viel drinne. So viel Waste Water. Das ist hier am Ende. Okay. Hier ist auch nicht so viel drinne. Ist eigentlich generell gar nicht so viel drinne. Aber gut. Wir haben ja auch noch jede Menge für Schwefel. Also der Schwefelbunker hier ist ja noch ziemlich leer. Hier sind jetzt 16k drinne. Das ist ja noch nichts. Jutsch. Na ja. Dann ist das so. Aber. Man könnte es sozusagen. Raussaugen entlagern. Weiß ich nicht. Na gut. Da müssen wir das von hier da reinpumpen. Und hier dann eine Abpumpstation haben. Die. Wenn hier mehr 10% drinne sind. Erst funktioniert. Also das 10% immer in dem System drinne sein muss. Ähm. Damit ich es dann erst kriege. Mal gucken. Wie wir das denn am dödlichsten dann da einsetzen. So. Also hier hätte ich auf jeden Fall zu viel Waste Water. Einmal. Mal gucken. Mal gucken, dass wir das unten auch rauskriegen. Irgendwie sinnvoll. Ähm. Das muss ich hier auch irgendwo da dran gehen. Und dann Überlauf. Einen Überlauf haben wir. Hier jetzt einen Überlauf. Mhm. Das hier muss auf diese Seite von den Tank. Hier sind dann drinne. Da ist nichts drinne. Fast. Die produziert fast nichts zu Full Waste Water. Das ist auch nicht. Das ist auch. Das gefällt mir alles auch immer nicht. Dass das hier nicht voll liegt. Aber gut. Okay. Ähm. Hier läuft so 80% dann da hinten rein. Und hier. Da hätten wir. Da müssen wir in den Bereich rangehen. Und das von da raus holen. Was da über ist. Große Frage. Dann machen wir hier einen anderen Tank hin. Dann machen wir hier eine andere Bauform von einem Tank hin. Dann machen wir hier den Tank hin. Dann machen wir hier einen anderen Tank hin. sich suchen in die richtung geht und wir gehen hier dran und finden das von hier rausholen und haben das jetzt hier erst mal ob das jetzt aber sind noch nicht so ganz große frage ist wann ziehen wir hier draußen und das ist ja nett von euch wann ziehen wir das da raus also wie soulful grace water erstellen wir gar nicht so dass 19k drin also das dauert auch noch eine ganze weile wie das hier sozusagen über produziert hat naja wir sollen mal gucken also eine bahnhof dafür wo wollen wir den hinbauen den jetzt hier unten aber den oben hin ich wollte das mal oben hin denke das ist fair mit den oben hin bauen so einen tankbahnhof anbieter und dann steht er hier und dann ist das gut und dann können wir unten vielleicht wenn du noch eine andere flüssigkeit mal raus transportieren wenn man das noch mal müssen also dass ich so ein soulful grace bahnhof mal machen wollte hier das hatte ich ja schon immer mal angedroht nun habe ich mittlerweile auch erkannt dass er nötig ist für all unsere zwecke und deswegen müssen wir den jetzt mal dann hier noch reinbauen gut das hätten wir dann brauche ich jetzt hier pumpen noch 24 stück mir reichen 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 so strömlinge dann wollen wir hier das rohr dran hier ist rohr dran dann haben wir eine grüne schnur so und dann können wir von hier unten noch sozusagen die eine flüssigkeit erstmal hoch holen dann müssen wir noch gucken dass wir da ich vielleicht mal auf die ecke jetzt denn tanks die dann verpumpt den ganzen kram hier verpumpen oder nicht also jetzt ist ja quasi jetzt schließe ich ja die kreisläufe zusammen beide kann ja auch zurücklaufen und können die hier dann wieder was finden und so also da muss man mal gucken das mit dem rückschlag und hier müssen wir auf jeden fall reinbauen glaube ich oder halt eben doch einfach pumpen denn da mit dazwischen hängen die das dann leer saugen oder nicht leer saugen leersaugen will es eigentlich nicht ne ich würde es jetzt nicht unbedingt alles in den bahnhof pumpen rückschlagventile habe ich in non-returnable walfs habe ich da oder haben wir hier ein rückschlagventil rein alles was hier immer durchgelaufen ist läuft noch nicht wieder zurück also was hier immer drinne war bleibt hier auch drinne dann ist das gut und das noch mal oben auch noch mal einen roten returnable walf dazwischen und dann ist alles gut ja dann haben wir die folge auch schon wieder geschafft jetzt wollen wir schon abholen aber er hat auch keinen strom hier für die pumpen die sorgen ist jetzt hier leer und dann kann er sich hier ein bisschen zu voll grace water holen weil das ist gerade das was man wirklich braucht er möchte natürlich eigentlich so viel haben wie es geht naja hat er ja schon 3,7 tausend erstmal aber wie gesagt die pumpen die saugen das ja eh raus dann aus dem system glaube ich endgültig aber dann müsste noch ein bisschen wie ein non-returnable walf dazwischen erst einmal hier die barriere überschritten hat bleibt auch dort damit ist das denn gut in der hoffnung dass es wirklich gut ist hei 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 sonst hast du immer zu viel von dem zuflug waste water ich weiß gar nicht ob ich das noch irgendwo wegschmeiße aber eigentlich nicht nur hier drin wird es nur hergestellt und sonst eigentlich nirgends weiter na gut eine entsorgung haben wir ja auch noch zur not also wenn es denn jetzt in der vollläuft und sowas also das sollte alles kein problem sein aber wir können es dann erstmal hier wegnehmen dass es hier nicht mehr unbedingt sein muss und gut hier liegen ja auch schon ein paar tausend meter 6.000 meter liegen hier auch schon wichtig ist das halt eben für unsere holzkohle produktion ne also das muss alles hier hingebracht werden das zu viel waste water die brauchen das hier wie blöd ja man sieht ja auch dass sie das wirklich wie blöd brauchen weil die saugen das hier auch leer und hier unten steht die produktion wahrscheinlich weil sie kein so viel waste water haben also bei dem blauen hier unten ja gut das hängt mit den brettern zusammen also die kohle produktion brauchst du nicht okay aber die moment sieht das besser die hier unten die bretter produktion raushalt also wenn ihr um die bretter produktion richtig in angang kommt dann kann es sein dass uns das zu viel waste water wieder ausgeht wir sehen uns beim nächsten mal bis denn tschüss bis jetzt